So, da geht's runter. Du machst ein Video. Ja, lass uns halt ein Video machen. Hey, mach mich gut. Achtung, da ist irgendwo jemand. Die laufen langsam runter. Sieht aber nicht wie steil sie ist. Sie ist deutsch. Ich hab's nicht gehört. Der hat gerade zu dir gesagt Guten Appetit. Ah, okay. Dann hast du gesagt Mahlzeit. Und jetzt fragst du mich, ob die Deutschen laufen schon mal an uns vorbei und sagen was auf Deutsch. Vorhin hat der Moin gesagt. Echt? Das klingt mir jetzt auch nicht so nach großem. Das war eine Großaufnahme von deinem Pickel. Zeig mal dein Gesicht, dann kannst du im Rückblick sehen, wie dein Wald aussieht. Voll gut. Ich seh ein bisschen aus. Als ob sie kalt wär. Wie so Leute, die so ein Video aufnehmen, kurz bevor sie sterben. Wir sind hier auf dem Berg. Ja, es geht dann auch runter. Okay, meine letzten Worten. Fahrt nicht über Rot. Ciao. Ah,φ Tada. Guck mal.